Walvemann, Jodemann, der alles weiß und alles kann, clever, clever, nicht so dumm, jetzt macht er in Versicherung. Der Kunde will die Zahlen haben, Walvemann, Versicherungsmann, haut er rein in Tastatur. Wo bleiben denn die Prämien nur? Nein, 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 nein. Der Laptop nicht. Der Laptop nicht. Der Laptop nicht. Nein, 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 nein. Der Laptop nicht. Der Laptop nicht. Jetzt wird der Kunde bitterbös. Der Waldemar wird hochnervös. Er macht schnell den Computer. Ach, geht ohne den Vertrag noch aus. Ja, 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 da ist die Laptop aus.